Mein Name ist Peter Banzer, ich bin hier im Tessner Oberdorf aufgewachsen. Ich bin verheiratet, wir haben zwei erwachsene Söhne. An oberster Stelle steht bei mir die Familie. Ich verbringe gerne viel Zeit mit ihnen. Ein grosser Teil meiner beruflichen Laufbahn habe ich dem Sozialen gewidmet. Ich war 27 Jahre in der AHV und hatte dort die Leute von ihnen verliehen. Zehn Jahre bin ich noch im Vorstand vom Heilpädagogischen Zentrum. Natürlich interessiert mich auch politisch der Sozialbereich sehr, aber ich bin auch Kultur interessiert.